Klebeband brauche ich nicht Pristine und Pristine Nee, Damage schon Oh mein Gott, die sind richtig hässlich Sechs Platz, schade Da muss ich Cargo-Hosen finden Hast du den Zombie erledigt? Warst du in der Nähe von dem Haus gerade wieder? Ich bin bei vielen Häusern in der Nähe Ach da, ich bin hinter dir Ja, ich hab da zwei Zombies mit einem Hieb gefällt, das war geil Wenn die nebeneinander stehen, brauchst du nur einen Schlag für zwei Das ist übelst Hab ich schon nicht gewusst Ich bin in dem Haus jetzt, wo du Hast du gesehen, wie ich reingegangen bin? Ist das ne Sonnenbrille? Ah, Kompensator auch noch Kompensator, Schroße Mausen Geil Wat ne Waffe Wat ne Waffe Boah, ich bin randvoll gefüllt mit tollen Sachen, die das Leben auf keinen Fall schöner machen Hinein ins Post-Apokalyptisch-Feeling Hinein ins Post-Apokalyptisch-Feeling Welche Haus bist du hier? Ach da Wir sagen immer das große Blaue noch mit und gucken noch mal ein paar Links durch Und dann gehen wir weiter, weil wir haben noch Wie gesagt, wir müssen noch zur nächsten Ortschaft und sonst immer noch nicht ganz am Airfield Ach, das ist ein Krankenhaus Ich höre ein Zombie, du auch? Mhm Wow Alter, du mieses kleine Schwein Hast du? Was steht da denn? Ja, der stand hinter mir Ah, hier sind ein Haufen Getränke Hier, äh, Feldflaschen Das ist der Hammer Ja, hier gibt's alles im Überfluss Gerade Ja Fürst Aid geht Ist nichts drin Wahnsinn Aber Fürst Aid geht kannst du ja leider nur, ähm Ja, ins First Aid geht kannst du ja bestimmt nur First Aid Sachen rein machen und nicht alles, ne? Äh, kann nur sein, dass du alles rein tun kannst Ich weiß es nicht, weil sonst wäre das auch sinnvoll, weil da hast du ja sechs Slots, deswegen glaube ich mal fast nicht Dass es geht Wie? Ja, das Krankenhaus ist aber für'n Arsch, es ist, hier ist nichts, ja hier ist nicht groß was drin Wo bist du hingegangen? Ich bin auf der rechten Seite von der Straße in so'n großen Backsteinhaus jetzt Müsste so circa Die Hälfte der Straße sein Da stehen davor so Bänke und ne Litfaßsäude und so'n Scheiß Ich geh jetzt in so'n kleines Backsteingebäude, aber ich glaube das ist nicht das, wo du bist, weil hier sind noch Türen zu Da geht noch nach oben, hier ist glaube ich Ja, ein Hammer und Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Alter, irgendwann passiert es. Ich habe gesagt, ich bin hinter dir. Echt? Ich habe es nicht gehört bei mir. Da hätte ich noch nicht so rumlucken müssen. Das ist insgesamt irgendwie. Manchmal höre ich bei dir den Sound so abgehackt. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich sage, wir machen dann noch jetzt gleich weiter, weil sonst hängen wir ewig noch in dem Ort rum. Gut, hier ist nichts weiter. Ach, Damage. Schade. Was sieht die aus? Na gut, die ist auch Damage. Von daher ist die Tarn technisch auch besser. Hast du übrigens gesehen, dass ich wieder meine Lederjacke habe? Ja, jetzt gerade. Übelst unauffällig. Gibt es noch ein interessantes Häuschen, was hier in der Nähe direkt ist? Nö. Da hinten ist noch eine Fabrik noch. Da will ich jetzt aber nicht mehr hin. Ich nehme mal das Ende Haus auf der rechten Seite. Wenn du rauskommst, direkt neben der Kirche dort. Da gehe ich nochmal fix rein, weil ich will auch irgendwann weiterkommen. Wie gesagt, wenn wir heute noch zum Airfait wollen, wir können jetzt nicht noch fünf Stunden aufnehmen, ey. Äh. Na gut, geht schon, aber ich glaube, das macht die Festplatte nicht mit. Ja, klar, aber... Das ist halt, ne? Ey! Ey! Okay. Hallo? Das ist ein... Ach, Warner, komm was, ne? Dann werfe ich den kaputten Weg und mach mal den ganzen rein. Und zieh mir den Kompass dann auf den Telescopic Button. Ja, ich zieh mir doch den Kompass auf die vier. Ja. Ja, ich glaube, die anderen waren im Arsch, weil der zeigt nämlich jetzt wieder ordentlich Richtung Nordwesten. Oh, Zombie. Wie... Ei... Ah, hu... Alalalalala... Insalala, je Kumbaya... Äh, wo bist du hingerannt? Hallo? Mr. Anderson? Mr. Anderson? Mr. Anderson? Was? Mr. Anderson? Warum reden Sie nicht mit mir? Ah! Kämpfst du gegen den Zombie? Ah, ne Scheißviecher, ey. Ah, ich bin an der Kirche, ne? Gibt's da ja nicht! Ja... Doch, bei Roller! Ach, da gibt's das. Ja, das kann sein. Am Krabbeltisch, ne? Natürlich. Schade, ich dachte, ich kann hier... Das war's dann auch. Spiel im Laub, ich spiel im Laub. Schade. Ähm, ja, ach da! Hey! Hallo! Machen wir weiter? Ja. Auf jeden Fall raus jetzt aus der Stadt, es reicht. Na, wir folgen einfach jetzt erstmal halbwegs wieder durch die Straße, weil da kommen wir nämlich in der nächsten Ortschaft direkt an. Und von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum Airfield und da hoffen, dass wir da noch ein bisschen Loot finden. Wobei er hier auch relativ nah eigentlich am Airfield echt ganz schön viel noch Loot ist. Muss ich sagen, ne? Summer Hunter Pants. Oh, Warn! Oh, die sind Warn, dann zieh ich die mal an. Ja, aber es kann halt nur sein, dass viele den Ort hier auslassen. Ach, das weiß ich nicht. Wenn die wohl gleich ins Airfield gehen. Ist da drinne. So, was haben wir hier und nichts Interessantes. Ja, nichts, was wir nicht schon hätten. Was ist das für eine Farbe? Green, wie geht das einfach drauf? Matchbox Schuhe, ey. Wer hat so viele Schuhe im Auto drin, ey? Hä? You have painted green, aber ich sehe es nicht. Mütze mit... Okay, you have painted the Firefighter X, aber warum ist die nicht grün geworden? Okay, you have painted the green Firefighter X. Geht nicht aus. Ja, warum auch immer das nicht geht. Naja, egal. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ey, wir sind jetzt echt schon wieder zwei Stunden in der Aufnahme gleich. Das geht gar nicht. Wobei, ich weiß nicht, weil man überhaupt genau vor zwei Stunden angefangen hat. Ich kann mich auch wieder wie das letzte Mal tierisch täuschen, weil letztens hat mir auch... Ey, das ist mein neues Auto, Alter. Was sagst du zu? Geil, was hast du denn dabei? Wow! Wow, was ist das? Eine Blaze Double Rifle, ey. Was hast du denn? Das war schon, glaube ich. Kann ich aber nicht mitnehmen, ey. Das ist mehr wert als die ganze Karre, Junge, ey. Ja, aber was bringt es mir? Das hast du doch einen guten Kauf gemacht. Aber die Sache ist, bringt mir nichts. Ich könnte die zwar mitnehmen. Ja, bringt die auch nicht wirklich was. Was liegt denn hier hinten auf der Rückbank? Weil die hat so viel Platz. Milch! Ja, die kann ich leider nicht mitnehmen, muss ich sagen. Ja, ich weiß, es bringt auch nicht wirklich was. Also, deine Repetierer ist 100% besser. Ja, außerdem habe ich 7-2-Munition, also das muss ich dann mit der Hand knüpfte teilen. Das ist also ein bisschen bescheuert, muss ich sagen. I'm walking. Da, und ich drehe. I'm walking. Da? Was? What? Halloween-ga-ding-ga-doo, schalaliding, schalaliding. Äh, äh. Äh? Müssen wir da Straße folgen, oder was? Ja, wir können doch ein bisschen hier über den Hügel gehen, weil das misst jetzt so... Die misst jetzt so... Hä, wo rennst du hin? Na, da Straße weiter lang, denke ich. Weil die macht vorne linksknick dann. Ja, ja, aber wenn wir hier jetzt nicht weiter folgen, weil die macht nämlich so ein... laut Karte ich kann so gut prüfen für dich wenn du willst da lege ich mich wieder hin man kann er selbst nur prüfen er muss quasi so krass zum irgendwo oder bei mir aufsteht doch auf das war schon ja ja es war gerade so total unnötig muss ich ganz ehrlich sagt weil ich ja auch immer her ich weiß auch nicht vor allem ist er vor allen Dingen ist ich bin nicht mehr aufgestanden das geht mir so auf den Sack dann manchmal wenn das dann wieder nicht funktioniert ich kenne das wenn das Spiel nicht mehr richtig funktioniert das Gedenken ist dir auf den Sack genau das gleiche Momente stirbst du nämlich dann immer und das ist dann echt unnötig wenn du durch den ewig langen guten Run dann durch Bugs umgebracht wirst ja naja komm hier nicht direkt so krass über den Hügel sondern so leicht über den Hügel drüber weil dann lass mal die nächste Stadt mehr links liegen und kommen direkt beim Airfeed eigentlich raus warum sitzt du jetzt da siehst du ein Zombie naja da oben kommt ja wieder eine Ortschaft ne ja das ist ja eine die relativ nahe aber die können wir erstmal auslassen weil das letzte ist direkt vor dem Airfeed also die von da ich glaube es müsste doch fast einer von denen sein ne wir waren weiter westlich aber es ist einer die direkt am Airfeed liegt also die müsste eigentlich geplündert sein schon dass die ja nicht geplündert ist ja es gibt aber so spezielle Städte die irgendwie nie die interessiert niemand interessiert sich führen ne deswegen hast du dann so ein Highloot Area dazwischen drinnen ja wir folgen hier mal der Straße ist so da vorne ist wieder ein Hof oder so oder auch ein Ort ja wir gehen jetzt in Richtung des Hofes so ein bisschen links an dem Hof oder ist das ne wir sind noch lange nicht beim Airfield oder weil halt die nächste Ortschaft ist direkt unter dem Airfield also wenn du schon die nächste Ortschaft siehst links dann sind wir eigentlich schon relativ nah des Airfields ja hier vorne kommt was ach hier ist ein Fluss alter aber da steht nur ne Scheune ja wollen wir ne Scheune da sind wieder Strommasten dahinter ja also nicht viel sag ich jetzt mal ja ja so ach die Farm ja wenn wir die Farm ist genau wenn wir jetzt die Farm links von uns äh rechts von uns haben ist die Stadt dann genau links von uns ja da kommt der Ort ja wenn wir der genau folgen so kommen wir direkt jetzt bald bei beim Airfield Ende an verdammt hast du mich gesehen oder? ja schade war aber ein netter Versuch ja klar man muss immer mal probieren ne ja wir sind ja wir machen es ja nicht total ernsthaft das das Let's Play nö das ist ja blöd auch wenn es halbwegs ernsthaft schon ist gerade bei diesen Wanderpassagen ja Minecraft Minecraft ist das Schlimmste überhaupt ja aber freue ich mich auf die nächste Aufnahme wenn wir dann so halbwegs dann doch wahrscheinlich nur nochmal kurz ein Titicacasee tiefer machen aber dann in die Höhle endlich mal aufbrechen und sonst so was sind deine Hobbys? keine Hobbys ich habe keine Hobbys ja Bier trinken ich weiß ja nicht also wenn du auf der Suche bist könnten wir es ja hier drüber mal probieren dass du eine zukünftige findest also ja ja nee ist klar schreib doch einfach mal Fragen in die Kommentare und dann beantwortet er alle Schietz und die mal ja wie sieht deine Traumfrau denn aus? wie du Frau Marlin also so braune Haare Augen erkennt man nicht am besten hinter einer Rockerbrille versteckt immer schön ein Marlin Rucksack eine Firefighter-Ex und eine fette Flinde in der Pfurt ja das wäre aber nur eh mal hier sind kommen wir auch nochmal fix in den Hof in die Hütte hier und dieses Ding reingucken eine ganze Ortschaft ne? ja die ist links das ist die große Ortschaft die ist jetzt so aber die lassen wir jetzt erstmal links liegen weil hier sind wir fast am Airfield von daher oh hier ist einer gekickt worden alter wir cheaten ja so dass es niemanden auffällt aber ich glaube hier war jemand schon oder? weil das ist komplett leer das Ding ist auf Scheiße mhm da kommen wir wieder raus tsch Feuerlöcher naja die brauchen wir unbedingt ein Feuerlöcher klar wegen Waldbränden und so ne? ja 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 bist du schon wieder draußen? ja oh ja ich seh dich guckst du in die Stadt rein? nö da will ich nicht rein fällst du mir mit der Waffe? auf keinen Fall will ich da rein warum? sind die so Zombies? na die ist eh wahrscheinlich glootet weil das Ding direkt am Airfield liegt ja ist mir auch egal ich brauche jetzt eigentlich nichts außer oh ich hab doch nicht nachgeladen oder? äh hä? warte mal na komm Mist Sack Mist Sack hä du ach die ist already full muss man da erst ein Reload machen mit Air bestimmt ne wie lädst du nach mit den Waffen eigentlich ja äh Air müsste eigentlich gehen ansonsten äh die Monitär mit dem Inventar draufziehen da steht dann ja da steht ja die Longhorn ist already full wenn ich abdrücke ist äh ja okay ich geh mal kurz in die Einstellung rein sparten Waffe Luft anhalten sekundäre Maus nachladen ist eher ja ist eher also müsste ja dann ist die glaube ich ja funktioniert nicht also gut dann kannst du das Ding wegwerfen jawohl sieben das sind ja sieben sechs zwei wenn ich draufgehe wird es zu orange load Ammo steht da Longhorn is already full hm da hat er immer noch die Munition angezeigt wie vorn ja die sind immer noch angezeigt die ist empty hier mal und die die mehr mehr im Ahí